Hallo ihr Lieben, ich melde mich zurück mit einer neuen Geschichte, nämlich The Bard of Avon. An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an die liebe Wibblepuh, die Autorin der Geschichte, die mir freundlicherweise erlaubt hat, diese zu vertonen. Kurz zu den Fakten. Die Geschichte ist eine Hermione Snape-Geschichte, hat 75 Kapitel und ist auf fanfiction.de zu finden. Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Worum geht's? Als Hermione das Märchenbuch von Biedel den Barden zum ersten Mal in den Händen hält, ahnt sie nicht, welche Geheimnisse die vergilbten Seiten bergen. Doch bald entdeckt sie, dass in dem alten Kinderbuch nicht nur Märchen auf sie warten, sondern auch Poesie. Von ihrer Liebe zu den Werken Shakespeare's getrieben, lässt sie sich auf eine gefährliche Bekanntschaft ein, die sie durch den Krieg des dunklen Lords begleiten wird. Genau, was gibt's noch zu sagen? Ah ja, es gibt einige Textstellen bzw. Zitate, die von Shakespeare stammen und daher auch in englischer Originalsprache eingebaut wurden. Ich gebe mein Bestes, diese Stellen zu lesen, habt aber bitte Erbarmen mit einer wahrscheinlich eher verwirrenden Aussprache. Englisch ist leider nicht meine Muttersprache. Da die Zitate auch im Laufe der Handlung analysiert werden, sollten Verständnisprobleme aber auch schnell wieder behoben werden können, denke ich. Da die meisten Kapitel eher kurz sind, versuche ich jeden Tag ein neues Kapitel hochzuladen. Betonung liegt hier auf Versuchen. Habt bitte Verständnis, wenn sich dieser Plan mal verzögert. Leider gibt es neben YouTube noch jede Menge andere Baustellen in meinem Leben. Schreibt mir Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik gerne, gerne, gerne in die Kommentare. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei allen fleißigen Zuhörern bedanken und auch für all die lieben Kommentare, die ich bereits erhalten habe. Euer Feedback ist eigentlich sehr motivierend und sehr positiv. Das hätte ich so nicht erwartet und ist immer wieder ein Ansporn, weiterzumachen oder was Neues zu machen. So, genug geredet. Jetzt starten wir mit unserer neuen Geschichte The Bard of Avon, eine Fanfiction aus dem Harry Potter-Universum von Wibbleboo. Kapitel 1 Der Barde Creature, ich möchte, dass du bitte gehst und Mundungus Fletcher findest. Wir müssen herausfinden, wo das Medaillon von Herrn Regulus ist. Es ist wirklich wichtig. Hermine hörte Harry kaum noch zu, der eindringlich auf den alten Hauselfen einredete. Abscheu schüttelte sie, während noch immer die Bilder von Creature, wie er von Voldemort in der Höhle alleine gelassen wurde, durch ihre Gedanken kreisten. Dennoch zwang sie sich, einen klaren Kopf zu fassen. Voldemort hatte also einen Fehler begangen. Er hatte nicht mit der Magie der Hauselfen gerechnet, die sich so sehr von der Sein unterschied. Vielleicht enthielt sein Plan dann noch weitere Lücken. Nachdenklich beobachtete sie Harry und Creature und erkannte dabei stolz Harrys ehrliches Bemühen, dem Elfen gegenüber einen freundlichen Ton anzuschlagen und ihn als seiner ebenbürtig zu behandeln. Es musste ihn sehr viel Beherrschung kosten. Hermine wusste, dass Harry durch den Anblick Creatures stets an dessen Verrat an Sirius erinnert wurde und es ihm schwer fiel, ihn nicht mit derselben Abscheu zu betrachten, wie sein Patenonkel es seit jeher getan hatte. Es dauerte lange, bis Harry es geschafft hatte, Creature von seinem Gefühlsausbruch zu beruhigen und der gerührte Hauself mit dem falschen Medaillon zu seinem Schrank tapste, um dann seinen neuen Auftrag zu erfüllen. Kaum war der Hauself desappariert, erhob sich Hermione entschlossen von ihrem Stuhl und scheuchte ihre beiden Freunde auf. Los, lasst uns unsere Zeit nicht vertrödeln. Das Haus ist riesig und sicher voller Magie. Es wird nicht leicht sein, aber vielleicht können wir hier noch weitere Hinweise auf die Machenschaft von Regulus Black finden. Harry und Ron nickten zustimmend, wenn auch Hermione nicht entging, wie Ron miscalaunt das Gesicht verzog. Ein Haus zu durchsuchen, das locker drei Familien zugleich beherbergen könnte und seine Geheimnisse unzweifelhaft durch Magie vor allzu neugierigen Augen schützte, vermutlich dafür aber ebenso viele Spinnen wie Geheimnisse barg, gehörte sicherlich nicht zu seiner Vorstellung von einer Jagd nach Horkruxen. Die drei schlichen auf zehn Spitzen durch die Eingangshalle zur Treppe, wohlweislich jedes laute Geräusch vermeidend, um nicht in die Verzückung zu geraten, Sirius' Mutter einen schönen Tag wünschen zu müssen. Kaum im ersten Stock angekommen, teilten sie sich auf. Während Ron entschlossen auf den Salon zusteuerte, der von den Ornsmitgliedern am gründlichsten gereinigt wurde und daher die geringste Gefahr auf eine Spinnenbegegnung beherbergte, nahm sich Harry erneut Sirius' Zimmer vor. Hermione folgte ihm die Treppe hinauf, doch sie zog es in einen anderen Raum, das Schlafzimmer von Regulus Black, welches sie erst an diesem Morgen entdeckt und nach dem Medaillon Salazars durchsucht hatten. Nun trieb sie etwas anderes in das Zimmer. Während sie am Morgen alles, was zunächst uninteressant wirkte, beiseite geschoben hatten, sah sie nun genauer hin. Es war nahezu unheimlich. Mit dem Wissen, dass Sirius' Bruder sich zuletzt gegen die dunkle Seite und damit gegen Voldemort gewendet hatte, enthüllten seine Eigentümer winzige Zeichen, die darauf hinwiesen, dass Voldemort an ihm wahrhaftig einen Diener verloren hatte. Die Zeitungsartikel über Tom Riddle und seinen Aufstieg zu Lord Voldemort, die Ron am Morgen noch als Begeisterung für die dunklen Künste gedeutet hatte, enthielten winzige Markierungen, die Regulus anscheinend nachträglich hinzugefügt hatte. Ein Ausrufezeichen, das in eine Miniaturausgabe des dunklen Mals verwandelt worden war. Eine beinahe unsichtbare Schlange, die sich um ein großes E am Satzanfang wand. Der Punkt auf einem I, der zu einem verschnörkelten V ausgeschmückt worden war. All dies schienen kleine Zeugnisse einer wahren Besessenheit von der dunklen Magie zu sein. Doch Hermione erkannte darin eine zwingende Gemeinsamkeit, die dem Schein widersprach. Jede markierte Textstelle enthielt in irgendeiner Form Informationen. Informationen über Voldemort, über Tom Riddle, über seine Kindheit, seinen Aufstieg. Informationen, die wie kleine Puzzleteile ein Bild von Voldemort ergaben, wie es nur wenige kannten. Ein Bild, das nicht nur Voldemort einschloss, sondern auch Tom Riddle, den Jungen, der im Weißen Haus aufwuchs und der in Hogwarts erstmalig ein Gefühl von Heimat und Geborgenheit entdeckte. Es war ein Bild, das Voldemort in seinen Stärken und Schwächen durchleuchtete, keine Details ausließ und haarscharf analysierte. Hermannis Blick wanderte weiter. Über dem gewebten Wappen von Salazar Slytherin stieg ein strahlender Phönix auf, nicht größer als ein Daumennagel, der in sanften Farben direkt auf die Wand gemalt war. Eine strahlend rote Schreibfeder schmückte den Schreibtisch. Ein sanfter Stich Gold und Orange verriet ihre Herkunft. Die Feder lag wie eben erst abgelegt auf einem Stück Pergament, die Spitze noch schwarz von Tinte. Neugierig trat Hermione an den Tisch und beugte sich über die spärlich beschriebene Rolle. Sie enthielt nur zwei Buchstaben, schmucklos in einer Ecke gequetscht. SS Es gab keinen Zweifel, wofür diese Initialen standen. Salazar Slytherin, flüsterte Hermione zu sich selbst. Hermione? Ertündete Harrys Stimme aus dem Flur. Hermione schreckte auf. Ich bin hier, antwortete sie laut und trat aus dem Zimmer. Harry drehte sich erleichtert um und kam auf sie zu. Hast du etwas gefunden? Fragte er erwartungsvoll. Hermione schüttelte traurig den Kopf. Nur einige kleine Beweise dafür, dass Regulus Black sich schließlich tatsächlich von der dunklen Seite abgewandt hat. Und ein Pergament mit den Initialen von Slytherin. Bei euch irgendetwas? Doch auch Harry schüttelte entmutigt den Kopf. Absolut nichts. Und Creature ist auch noch nicht zurück. Meinst du, ich sollte ihn rufen? Wenn etwas passiert ist? Hermione lächelte stolz in sich hinein. Harry machte sich tatsächlich Gedanken um den Elfen. Einen Menschen ausfindig zu machen, ist auch für Hauselfen nicht immer ganz leicht. Und Mundungus legt vermutlich auch viel Wert darauf, nicht gefunden zu werden. Gib ihm etwas Zeit. Es wird ihn fürchterlich aufregen, wenn du ihm das Gefühl gibst, dass er deinen Auftrag nicht schnell genug ausführt. Sagte sie dann in der Hoffnung, dass es plausibel und vernünftig klang. Wenn Creature nun doch etwas passiert war? Es gibt trotzdem ein Problem, erwiderte Harry nun grinsend und hielt einen Klumpen nach oben, der stark nach einem verschimmelten Stück Schwarzbrot aussah. Mehr als das gibt die Vorratskammer nicht her und solange der Küchenmeister verschollen ist, kannst du was daran machen? Zweifelnd blickte Hermione das Brot an. Küchenzauber? Das war eher das Gebiet von Molly Weasley. Ohne große Hoffnungen nahm sie Harry das Brot ab und probierte auf Gerate wohl einige Verwandlungszauber, jedoch vergeblich. Das Einzige, was ihr einigermaßen gelang, war den größten Teil des Schimmels in eine dicke Schicht krümmeliges Mehl zu verwandeln, doch das Brot blieb weiterhin knochenhart und vermutlich ungenießbar. Okay, ich würde vorschlagen, begann Ron und blickte dabei sehr resigniert rein. Wir warten bis zum Abend, ob Creature wiederkommt. Und kurz bevor wir dem Hungertod erliegen, wagen wir uns an diesen Knochen da. Er deutete auf den Leib Brot. Bevor ich nicht vor Hunger umfalle, bekomme ich nämlich keine zehn Hippogreife dazu, das zu essen. Da beiden nichts Besseres einfiel, nickten Harry und Hermione zustimmt. Wenn auch Hermione leicht verärgert war, von Rons Einstellung die Küchenarbeit dem Elfen zu überlassen, doch auch ihr fiel keine andere Lösung ein. Einfach vor die Tür treten und in ein Lebensmittelgeschäft spazieren war wohl kaum möglich, wenn man mit Harry Potter reiste und das Ministerium soeben von Todessern gestürzt worden war. Es wurde ein langer Nachmittag. Je mehr der Hunger an ihnen nagte, umso lustloser wühlten sie sich durch die staubigen Schränke, sahen halbherzig alte Unterlagen durch und versuchten, ohne große Hoffnung, so gut es eben ging, ein wenig Ordnung zu schaffen. Creature tauchte nicht auf. Am Abend gaben sie sich geschlagen und teilten verdrossen das Brot untereinander auf, wagten sich nur widerstrebend an die harten Brocken und bissen sich daran beinahe die Zähne aus. Auch der folgende Tag verging, ohne dass der alte Elf zurückkehrte. Die drei Freunde hatten mittlerweile jeden Zentimeter des Hauses erfolglos durchsucht. Der Orden war sehr gründlich mit dem Entsorgen alter Erbstücke der Familie Black vorgegangen und mittlerweile wünschte sich Hermione, sie hätten schon damals von Regulus Bemühungen um die Vernichtung Voldemorts gewusst. Vielleicht hätten sie einiges dann mit anderen Augen gesehen und möglicherweise Informationen erhalten, wie viel der junge Black damals über den dunklen Lord herausfinden konnte. Doch je länger sie suchten, umso mehr vergaßen sie, was sie eigentlich zu finden hofften, und so kam es, dass sie schließlich davon abließen und die Zeit überwiegend im Salon verbrachten. Hermione war am zweiten Morgen mit Harrys Tarnumhang auf einem Muggelmarkt appariert und hatte in einem ungesehenen Moment einige Lebensmittel unter ihrem Mantel verschwinden lassen, nicht ohne Pflicht bewusst einige Münzen dafür zu hinterlegen. Die Stunden im Salon wurden lang und nervenaufreibend. Während Hermione sich immer verbissener mit dem Märchen von Beatle dem Baden befasste, die Dumbledore ihr hinterlassen hatte, trieb Ron sie mit seinem Deluminator beinahe in den Wahnsinn. Harry ging ihren Streitereien immer mehr aus dem Weg und zog sich oft in Sirius' Zimmer zurück, wie Hermione vermutete, in der Hoffnung doch noch etwas zu finden, was ihm von seinem Paten geblieben war. Seit auf der Straße vor dem Grimoireplatz Nummer 12 zwei Todesser aufgetaucht waren und ab diesem Zeitpunkt der Wachtposten ständig besetzt blieb, lag eine drückende und bedrohliche Stimmung auf dem alten Haus. Diese ständige Anspannung zeigte sich zum ersten Mal deutlich, als am dritten Tag Hermione und Ron aufgeschreckt vom Krach in der Eingangshalle alarmiert aufsprangen, ihre Zauberstäbe zückten und die Treppe hinunter stürzten, bereit, einen Fluch auf jeden Eindringling zu feuern, der ihnen vor den Zauberstab geriet und dabei fast über Harry stolperten, der am Fuß der Treppe stand. Umso wärmer wurden allen dreien ums Herz, als sie Remus Lupin erkannten. Sein Auftauchen erinnerte sie alle daran, dass sie nicht ganz allein waren, dass es noch andere Kämpfer gegen die dunkle Seite gab. Noch am selben Tag tauchte auch Creature mit Mundungus auf. Doch weder Remus noch Mundungus brachten ihnen gute Nachrichten. Am Abend war Hermione noch immer aufgewühlt. Wie konnte die Zaubererwelt zulasten, dass diese Dinge geschahen? Es ließ sie schaudern, an all die Muggelgeborenen zu denken, die zu diesem Zeitpunkt zusammengetrieben wurden wie die Schafe, angeblich, weil sie ihre Magie gestohlen hatten. Nicht minder erschreckt hatte sie Remus Haltung zu seinem ungeborenen Kind. Auch wenn sie sich ihm gegenüber zurückgehalten hatte, konnte sie nicht umhin, seine Entscheidung zu verachten. Der Krieg bringt schreckliche Dinge hervor, dachte sie und schlug wie so oft in letzter Zeit ihr Exemplar der Märchen von Beatle dem Baden auf. Sie hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, vor dem Schlafengehen darin zu lesen und nach Hinweisen zu suchen, die Dumbledore ihr hinterlassen haben könnte, während Harry und Ron abends meist eine lustlose Partie Zauberschach oder Snape Explodes spielten, ein hoffnungsloser Versuch der bedrückten Stimmung im Haus zu entkommen. Doch auch an diesem Abend konnte Hermione sich einfach keinen Reim auf den Zusammenhang der Märchen mit dem Kampf gegen Voldemort machen. Resigniert wollte sie das Buch zuklappen, als ihr Blick auf das ausgeblichene Vorsatzpapier fiel. Erst jetzt bemerkte sie, dass dort etwas geschrieben stand, handschriftlich und wohl die einzigen Worte in diesem Buch, die nicht in Runen geschrieben waren. »Rough winds do shake the darling buds of May«, stand dort in filigraner, kursiver Handschrift. Die Worte zogen Hermione wie magisch an. Sie kannte sie, sie stammten aus dem 18. Sonnet Shakespeare's, und ohne dass sie sich dagegen wehren konnte, griff sie zu ihrer Feder, die sie sich bereitgelegt hatte, um sich gegebenenfalls Notizen zu machen, und fügte den nächsten Vers des Sonnets hinzu. Erschüttert blickte sie auf die Worte hinab. Sie hatte noch nie in ein Buch geschrieben. Doch der Vers hatte sie nahezu dazu eingeladen, nein, darauf gedrängt, dass sie den Satz vervollständigte, dessen offenes Ende hinter dem Komma nahezu greifbar in der Luft gehangen hatte. Und zugleich konnte Hermione nicht umhin zu erkennen, dass die Worte zutrafen. War sie noch vor wenigen Tagen allzu oft versucht gewesen, sich dem scheinbaren Frieden und der Vorfreude auf die Hochzeit hinzugeben, so hatte sie doch gewusst, dass der Krieg Voldemorts wieder über sie hereinbrechen würde. Jeder Sommertag endet mit dem nächsten Sturm. Sie starrte noch immer wie in Trance auf die Worte, als plötzlich eine winzige Flamme an den vergilbten Rändern des Papiers auftauchte, sich durch die Seite fraß und dabei beständig wuchs. Mit Entsetzen sah sie zu, wie ihre Worte Feuer fingen und verschwanden. Es dauerte nur wenige Sekunden, in denen Hermione wie gelähmt auf das Feuer blickte, als die Flammen bereits erloschen und die Seite wie unberührt vor ihr lag. Die geschriebenen Verse waren verschwunden. Stattdessen zogen sich nun nach und nach wie von unsichtbarer Feder neue Worte in einer spinnengliedrigen Handschrift über das Papier und verkündeten die Antwort auf Hermannis Vers. Welch bittere Worte in einem grausamen Krieg.